Kommen mein Gehilfe was ist da noch drüben was ist das da das in Münzen da komme ich nicht hin ein Riesenhammer genau das war gewollt von den Architekten nein wo am liebsten verschwinden die immer jetzt äh falsche Richtung so dann da ist ein Riesenplatz, oh da könnte ein Endgener kommen Bossgänger ah mit dem Boot wieder hui Angriff was wird denn das jetzt da wieder oh erstmal Feuerwerk so was zum werfen ich brauch was zum werfen da oben ist nämlich so ein Teil wieder ja mehr Jungfrauen ja stimmt die kommen ja auch aber erst im nächsten Teil so hier muss ich wieder mit irgendjemandem ziehen die Tür ist jetzt offen äh hast du was zum werfen nee Mist ich hab nichts aha alles klar nein ja ist ja zum glück nicht zu schwer für mich läuft ja heute irgendwie alles hier schief ja es ist gut dass hier so ein leichtes Kessel kommt oh nein was muss ich jetzt machen verdammt plopp k können wir die Momel dann werfen ach falsch rum jay uuuh ich will die Momel haben nein so noch irgendwas hier oh Steinchen 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 ist das jetzt die Sauna hallo oh das sind hier kleine Sumo-Ringer und Ninjas ja jetzt mal Bahn gehen los komm zieh dich aus schönen guten ah ist ja heiß wow also die Bahn aber ganz schön heiß da drinnen sind das wahrscheinlich gewohnt machen das ja jeden Tag so oh ist ein bisschen abkühlen ne oder mehr Duft hier reinbringen auch hier ist ein bisschen kühler schön ja das freut den Piraten m oh guck mal ich kann hier hier ein bisschen äh geht mal woanders hin kühlt mal ein bisschen ab ne da ist immer noch heiß scheiße verdammt der blau ist jetzt direkt da drinnen den hol ich mir schnell ja 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 nein aber das ist ja auch alles so heiß hier geht mal weg so und jetzt komm ich hier ran äh äh hier das hab ich auch schon ähm da reinlaufen ist wahrscheinlich auch ne schlechte Idee das reparieren kann ich nicht ich hab ja keinen Hammer achso jetzt kann ich hier rauf hallo mir freund alter Freund schon lange nicht mehr gesehen ja wie geht's dir denn so ach ganz gut ja mir auch wie warst du denn da aha süße Schnalle oh wir haben ein Schiff und wir möchten dass du mitkommst alles klar versteckt euch heiß ist da heißer dampf gefällig nimm den Schlüssel und äh geh da hin okay wir gehen wir verschwinden äh wir sollten nur noch ein Herz oh der auch nein das ist nicht gut der hat ne Kanone äh der braucht ne Kanone kann der was werfen nö äh hier blinkt irgendwas da ist die Kanone ah so da bitte schön ja dankeschön also ja dankeschön juhu das kann ich hier alle jetzt kann ich das da oben machen Karotten ja essen juhu oh da oben ist die Jungfrau die müssen wir retten los rette die Jungfrau die brauchen wir ist das ne das soll jetzt nicht Kalypso sein oder ich weiß es grad nicht ich mein die ist ja eigentlich woanders ne aber laut Film müsste man ein oder ich bin wieder verwirrt ein Zoomringer ja den brauchen wir ja der catcht alle um kann der ist der vielleicht stark genug damit er hier ja geil ha den brauchen wir also einen kleinen dicken Sumo der 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 heute ist alle mit ein stark weg mit der Karotte kamen die gar nichts die kleinen nicht so war hier noch irgendwas nie die noch mehr ihr könnt gar nichts weg mit euch ihr kleinen Landratten so was kann denn jetzt hier das muss eigentlich Kalypse sein ne steht doch eigentlich jetzt hier dran oder da oben gegenüber stets Prozent hier sie hat halt dann Kred lip Abstand beresenz dû Euro in 10 nicht sie hat einmal sie hat einmal waren es war auch gut hier hat einmal ist es auch so nur ein Stülner also in den in den Sinne und holen die Landrat mehr hier ist ein sonst wüsste ich nicht wer das sein soll so ich brauch was was ich darauf packen kann wieder wo ist denn das zeug hier den sumo brauchen wir cool dass wir jetzt jemanden haben der diese dinger machen kann der stark genug ist und das alles hier zu ziehen was sind das da und in was ist denn das verpackt ich brauche eine neue karotte wer war das wer war das nein ist nicht giftig gut haben sie eine karotte nein ja der kraft von herkules wow das ich 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 wie ich habe ja jetzt schon wow cool unter 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 in den Jürgen 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 Danten ab und gemacht da hinten ist doch auch so davon ist weiter aber ich möchte ja noch eine Karotte holen schnell bitte kommen wir noch mal zurück geht das ja so aus dem Weg ich muss hier durch nein was macht er denn doch Mann ich muss noch mal hinlaufen das darf ich zu oft machen weil sonst nimmt sie ab und dann hat er nicht mehr die Kraft da kann aber bestimmt auch durchs Wasser oder einfach rum lasst mich jetzt in Ruhe ne also ich musste mal kurz man verschwindet ja es ist das natürlich jetzt muss ich da um die die jetzt brauche ich da wieder Sprengstoff was ich nicht habe was soll das sein ich muss ein Gelee oder was ich muss jetzt Bollyslam machen los die nicht dass die 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 Ja. Das bin gar nichts. Na gut, dann... Ähm... Nungsern! Dum-dududum-dum-dum-dududum! So, da schießen ein paar Leute... Was ist... Oh, eine Riesen-Sonne-Rakete... So eine Drachen-Rakete, wenn die so heißt. Oh ja, oh, da fällt mir der Film Mulan wieder ein. Also die Zeichentricks-Sendung. Oh ja, Mann. Geil! Ach, der nervt mich ein bisschen. Der schießt mich so langsam. So, die müssen wir jetzt... Äh... Der kann die auch tragen, was ist gut? Rauf! Und Feuer! Äh, ich brauche eine Fackel wahrscheinlich, ne? Toll. Wo ist denn jetzt eine Fackel hier? Warte mal kurz. Hier rechts. Da war doch einer, ne? Angriff! Nein! Wir haben sie zurückgedrängt. Vorrücken, Leute! Oh, was ist denn hier? Schade. Münzen, 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 Münzen. Ach, Steinchen, 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 natürlich. Geht beiseite! Wir wollen euer Schiff! Nein! Aua! Boah, Alter, die schießen immer hart. Uah! Ja! So. Äh... Jetzt brauche ich wieder was zum Werfen. Ach so, warte mal kurz. Werfen, 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 wenn man hier, äh, ne Pistola hat. Da gehe ich noch nicht rauf. Ich würde erstmal hier noch ein bisschen gucken. Show, dann? Ja. Zu esse? Ja, ich würde... Ich verstehe das. Du hast das. Ich werde mit der Szenen ben subt Marvel Tim Jackson Nhans begeistert sein. Ist das ein bisschen besser? alley runway 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 runwayoi Canadians Na gut, dann, äh, hauen wir mal ab, ne? So, tschüss. Danke. Nein. Schnell! Oh, der Elefant. Die anderen müssen hinterherrudern. Singapur! Level abgeschossen! Captain Barbossa! Cool. Mensch, das fühlt sich ja langsam hier. Taihuang! So, das haben wir auch. Dam, 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 dam. So, ich werde mal schnell was trinken, ne? Ich bin gleich wieder da. Und dann, äh, geht sofort weiter. So. Und... 356.000 Steinkern. Tja. Nicht viel. Geschichte fortsetzen. Was? Null? Achso, null Sch... Ach stimmt, null von den Dingern da haben wir eingesammelt. Scheiße, null. Null. Das ist nicht gut. Also verfolgt uns da so ein Typen. Oder auch nicht. Auf der Suche nach Jack. Am Ende der Welt. Da werden wir Jack finden. Nein! Das geht doch nicht. Das war's.